Ich habe da hier Scheißgeruchmaschine gefunden. Das wird hier dann weit rumfahren und Scheißgeruch produzieren. Aber mit hier Nährstoffeffekt. Ich bin gerade ein paar Meter gelaufen und guck mal da ganz hinten diese Scheißgeruchmaschine. Die bewegt sich gerade. Die fährt rum und produziert das. Das macht das jetzt gerade. Und das stinkt hier nach Mülleimer irgendwie. Das soll richtig ranziehen geräut in Grästmülleimer. Und hier vorne stinkt das so, als ob so ein bisschen, wie heißt das Ding, Scheißgeruchmaschine hier draufgefahren ist. Also gestern, wo wir hier lang gelaufen sind, da hat das hier an dieser Stelle nach Käsefüße gebrochen. Also nach richtig verkäsigte Käsefüße. Aber jetzt gerade riecht das irgendwie nach vollgeschissene Grasen, die hier von Scheißgeruchmaschine vollgespritzt worden sind. So riecht das hier. Seht ihr diese komischen zwei schwarze Vögel da vorne? Oder Raben oder was das denn? Die fressen die ganze Zeit Pferdescheiße. Seht ihr das? Ich ja.